Fertig zu machen. Ruhig Jungs, ruhig! Peace, friends. Was geht? Das ist der XXL Bayblade. Schaut einfach, was im Video passiert. Video ab dafür. Hi, stell dich mal vor, wer bist du? Hi, ich bin Tobias Köhler. Und was hast du heute vor? Heute spielen wir das XXL Bayblade Turnier. Okay, und wie hast du dich darauf vorbereitet? Wochenlanges Training, schmerzfrei. Okay, und jetzt guck mal aggressiv. Zeig dein Kampfgesicht. Warte, wir müssen fokussieren. Oh, das ist ein wichtiges Kampfgesicht. Auf jeden Fall ein harter Gegner, den man sich nicht anlegen will. Schaut auf seinen Bierbauch. Der Autofotos kackt ein bisschen. Also, und jetzt noch mal deinen Kampfschrei. Los! Ja! So, dann stell dich mal bitte vor. Mein Name ist Ramon, aka Armoni. Ich bin 27 Jahre alt und ich bin der Reifen-Intehrator. So, und jetzt einmal einen aggressiven Blick. Zeig alles, was du kannst. Warte, dann zoomen wir nochmal drauf. Oh, das sieht böse aus. Wie hast du dich auf den Kampf vorbereitet? Ja! Uh, das ist eine Anfrage. Ich weiß, ob wir brauchst du deine Chance. 13-6 overall in MMA. Und, wie wir vorhin schon erwähnt haben, 4-2 in Pride. Look at this stare down. Go! Body slam! Okay, Köhler hat den ersten Treffer. Runde 2. Guck mal! Guck mal, wir haben uns gleichzeitig getroffen. Gibt es da einen Punkt für beide? Oder gar keinen Punkt? Ich würde sagen, unentschieden. Unentschieden. Also, keinen Punkt? Keinen Punkt. Round 2. Go! Go! Junge, wenn Köhler köhler, kann ich das Köhler auf mich suchen. Oh, die Synchron-Dreher sind asynchron. Außer Kontrolle. Es eskaliert. 1-1. Round 3. Los! Ja, weißt du, was du über mich erinnert? An Geo. Round 4. Let's go! Oh, die beiden nehmen ordentlich Fahrt auf. Spinnen, das können sie gut. Oh, massiver Zusammenstoß zwischen den beiden. Ramon wurde zu Boden gestreckt. Die beiden spinnen wie die Profis. Ab geht die Fahrt. So, mit steht es jetzt 2-2. Streifschuss. Also nicht 2-2 oder was? 2-2. Okay. Stechen. Jetzt kommt es drauf an. Wer gewinnt dieses Spiel? So, nach einer kleinen Regenunterbrechung unter dem Garagendach, Garagendach, Carport, geht das jetzt weiter, weil Finale Runde geht. Wobei es war 2-2. Vielleicht auch noch 2 Runden. Mal gucken. Ne, warte mal. Ne, klar. Einer gewinnt. Klaberscheiße. Also. Sagen 3, 2, 1. Los! Ich bin's. Team! So sehen Sieger aus. Ja, Föns. Wenn ihr diese Reifen hier gewinnen wollt, um das Spiel nachmachen zu können, ihr wisst, was zu tun ist, Reifen in die Kommentare schreiben. Müllentsorgung 2-Fett. Ja, das war's mit dem Video. Lockdown kickt rein. Deswegen nur mit, ja, jetzt 3 Leuten mäßig. Sobald es Personenlockerung gibt, ist was riesig, riesig Großes geplant. Seid auf jeden Fall gespannt. Und ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten... Ja!